das ist immer noch nicht wie diese pokémon heißen musik kommt klar ja wenn du wenn du was brauchst ich nehme alles mit man weiß ja nie wozu man es braucht blühwürmchen und komische facke lichter und schön und mobs mit kürbiskopf laufen umher heute ich weiß gar nicht ob mein kopf irgendwelche osterspecials hat ich weiß nur dass zu weihnachten immer die kisten eine andere farbe kriegen weiß dass jemand zufälligerweise dazu ostern irgendwas war oder haben die das dann einfach geklingelt wie cool uninteressante zombies wir haben nicht mal kürbisköpfe wie langweilig dankeschön wo ist das werwolfdorf ich muss man da eben ich muss mal eben da sind wir nun ich hier noch ein ein rum nehmen was ich kriegen kann haben wir überhaupt werwürfe gerade da so ein pilz typ der hat sich hierher verlaufen auch schön wieso habe ich meine hohe dabei man weiß es nicht okay wir haben nur drei eier auch schade huch mering am ken bars ich habe ich das sogar schon war ich habe im moment nur sechs so eine beutel fertig gemacht ja dafür reicht also wo war ich den barbecue hingeschmissen meine barbekästix wo sind die weiß dass zufälligerweise von euch noch jemand habe ich die hier reingeschmissen und meine barbekästix hingeworfen ich weiß es gerade nicht hier nicht okay dann sind die hier oder ich bin blind ich bin einfach nur blind ich bin einfach nur blind ich bin einfach nur blind oh ok da habe ich den hingeschmissen da habe ich den hingeschmissen so mal 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 ja ich schon weiß normalerweise bei trick or treat hat man normalerweise keine herzhaften sachen drin aber was soll's wir sind nicht ganz so konventionell oder so nicht ganz so konservativ ist sowas angeht nicht normalerweise verteilt man ja auch keine schätze von daher okay kann sein dass ich noch ein paar mehr machen muss den haben man da wo steckst du gerade die ganzen sticks das habe ich hier sonst immer sehr viele gehabt das sind ein paar zu viel egal 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 zimt und und vanille können auch hier lassen brauchen wir jetzt nicht unterwegs brauchst hilfe um sein zeit wieder zu kriegen so noch gar nicht mit ist doch noch gar nicht mittwoch bei einer kerne wenn wir schon mal dabei sind hier trick or treat ok wie haben wir oh das sieht aus ja trick or treat ich zerbade und und musik sagt bescheid wenn du los ja ja das wird schwierig sie hatten das am besten in reihen damit hier nichts kaputt geht davon es reicht für alle ich weiß es kann ich nicht so wer käme als nächstes so auf zur robo der samt wichtigsten dran wenn es weiter gebaut hat er hier glaube ich noch nicht ich denke ok jede menge köpfe ein grimoire wow ich bin einfach nur mal ein bisschen frech und ich will mal die kisten ich meine jetzt machen man hier macht man ja bei mir auch dauernd ich werde nichts klauen ich gucke nur ich gucke nur es gibt marschen kreisen karts was du hast du die denn hier blatt entfused ich wünsche man könnte bücher kopieren weil ich hätte ich würde mir das eine das dort tatsächlich gerne mit in meine bibliothek aufnehmen ok rick muss ihn hat selbst schon okay dann kommt jetzt noch bellig ich muss jetzt nur wie hoch und da ist mein weg bei mir und es tut mir so leid die dax und bilden die ich mich auch noch ja ich bin ganz frisch was ist denn das jetzt quatsch jetzt ok media mann ich die quatsch haben wir schon nie hier sie kommt vielleicht bald das wäre schön aber bis dahin ist das projekt leider beendet von daher ist das eine menge reis was willst du mit noch mehr reis weißt du da hast du riesen reis fällt nur ein wo einer muss noch eine muss noch die habe ich vergessen und zwar hat noch gar keine wirklich hat noch keine keine dinge das heißt wir müssen auf jeden fall noch ein bisschen was machen das heißt ich brauche noch einen davon ich brauche zwei davon eigentlich wo sind die fäden da sind fäden und leder kein problem kriegen wir auch alles hin was machst du für ein theater mit ihr habt doch schon längst gekriegt ein purzkissen das kann hier schon mal rein für den rest müssen wir halt noch zurück sammeln unter anderem zucker die drei können auf jeden fall schon von denen gab es dann jeweils mir ist durchaus bewusst dass sie gerade nicht da ist und es wahrscheinlich heute auch nicht schaffen wird aber ist ja wurscht wir sind ja fair alle kriegen klingst du denn ganz kläglich sie hat doch schon ob der will sicher gehen dass ich meine pause mache ich habe wir haben genug eier alle sanft wo sind eure eier ladies ihr seid faul oh dankeschön was ist mit euch eier ich brauche mindestens noch eins bitte lady seid mal ein bisschen fleißig auch nur ein verdammtes sei ein normales hühnerei bitte bitte ich brauche nur noch ein eier bitte 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 lecker muss ich die ganze wieder fragen ob sie eins geklaut hat ne hat sie ausnahmsweise mal nicht ne bist nicht immer die klopp 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 wo ist das klopp los wo explodiert gleich der nächste hinterher kommt schon auch nur ein was ist hier hinten los gibt es hier was umsonst gibt mir noch ein hühnerei 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 gibt mir noch ein danke hey das ist mein du gierige ganz du das ist meins stehen bleiben stehen bleiben hier ich tauschen diese ganz ne habe ich jetzt danke aus dem weg damit müssen wir ok was fehlt butter und zucker alles klar das kriegen wir noch ein dass die zucker dass die butter und da haben wir es der butter und die zucker und alles ist da damit haben wir alles ich habe noch was extra cool da sind wir auch noch extra ich habe noch ein bisschen buddha extra die vanille da ist die vanille und das minu natürlich ich glaube das war es okay zurück zum sport ich muss noch zurück und demnächst können wir hier noch ein wunderschönes fest essen bin ich schon wieder alleine macht mit und dann machen wir uns auch noch einen stahl mit mit skelett und vermied werden irgendwann nächstes jahr oder das jahr danach oder das jahr danach oder mal gucken wow in dem glashaus darfst du auch nicht mit elefanten fanden werfen ein großes schönes haus ob sie da ob sie da noch irgendwie stockwerke zwischen steckt ja war sieht bald so aus als ob da noch stockwerke dazwischen kommt ich habe leider kein fisch dabei so kann ich dich füttern ich glaube füttern war gegen immer aber mir auch nicht das erzeugt gerade so ein bisschen aber deswegen meinte sie wahrscheinlich vom wegen wir können da alles weg hauen dann hat sie nämlich nur wirklich eine schöne aussicht wirklich eine sehr schöne aussicht cool das tut mir leid ich bin also neugierig muss dann immer überall rum schimpel schnüppern 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 wo machen wir unseren trick-or-treating ich denke ich mache es hier hin so ja alle haben oder habe ich irgendwie vergessen musien habe ich in die hand gedrückt und das müsste eigentlich gewesen sein ich glaube das war nicht alle oder habe ich irgendwen vergessen für alle die hier mitspielen bitte mal sagen ob ich wen vergessen habe ich müsste eigentlich alle haben und wenn nicht dann tut es mir leid ich bin ich tu denn oh und die skelett kopf skelett pferdekopf ups mits was los hallo werwolf dachte ich hätte da noch was liegen sehen wieso mische ich dich nicht man weg magische bäume sie fliegen okay wo ich sehe nichts also ich sehe da was geht so weit weg ich kann sagen wieso ich nur noch 22 level aber natürlich habe ich nur noch 22 level ok machen wir dann hier mal weiter ist das schön ok nämlich brauchen sind stühle uns können wir doch da gar nicht sitzen ok wir haben wieso sind das ganz andere laute der intelligenz ok dann hatte ich die wecke und schwören kann ich habe ich ja ja gut dann halt nicht so wie viele viele wenn wir jetzt brauchen hallo 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 nordic dann mag die knöpfe benutzen eben mal die Knöpfe benutzen. Da hätte der hingemusst. Ja. So. Ja gut, dann können wir auch einer von denen nehmen. Weil? Ohne die Schüsseln und nicht gerade ein bisschen wenig habe. Ohne die Schüsseln können wir das Essen nicht essen. Hier habe ich keine mehr. Wo habe ich in die anderen Ringen gepackt? Oder sind die jetzt bei mir alle im... Nee, hier habe ich noch ein paar. Gut. Acht Schüsseln sollte reichen. Schüsseln für alle. Getränke haben wir nicht genug, aber das... Aber... Wir haben einen wunderschönen bedeckten Tisch. So. Dann mischte ich erst mal nach Hause. Hallo Mietis, wie geht's euch allen, ha? Haben wir hier noch irgendwas zum Kochen gehen? Moment. Ist alles gut. So. Schön, wir haben noch einen Kopf. Die Sachen hätten wir noch verteilen können. Die sehen ja eh aus wie Krüge, wo was drin ist. Aber so viel Platz haben wir jetzt nicht mehr. Hm. Schade, schade. Schade, schade, arme Mare. Oh Mann, die Dinger eigentlich irgendwie... Uh. Das geht. Und natürlich geht der hier dann auch, ne? Voll cool. Ich von denen nicht sogar noch ein paar irgendwo rumzuschwirren. Ich glaube, hier so, ne? Ja. Einen, einen haben wir. Ah, nee, halt hier. Haben wir noch mehr Köpfe? Haben wir noch mehr Köpfe? Nicht? Schau. Oh, da ist ja noch ein anderer. Haben wir alle drei davon, glaube ich. Cool. Ähm. Okay. Ich würde mal sagen, ich mach mal...